So, Mansions, ihr da draußen, ne? Wer mich vermisst, hier, ich, äh, deswegen qualität so gut, weil ich nehme über Handy auf, hallo, blub, 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 ähm, ich mache eine ganz kurze Kurzfassung, äh, ihr seht hier, Geschwindigkeit, hier, 133 Kilobits, das ist kacke, Upstream ist, ne, ein, 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 ne, ein Tausender, aber der Downstream ist maximal beschissen, ich habe so gut wie kein Internet, ich kann kaum etwas machen, ich zeige mal ganz kurz hier den Upload, zack, äh, ich lade mich gerade YouTubers live hoch und das dauert einfach mal noch fucking zwei Stunden und drei Stunden, 14 Minuten zum Hochladen, das dauert einfach noch Ewigkeiten, äh, ja, deswegen kann ich gerade auch nichts machen, ich würde gerne mehr Videos hochladen, gerade auch für heute wollte ich eigentlich ein bisschen mehr machen, aber ich kann ja auch nichts aufnehmen, außer YouTubers live, alles nur offline, weil dafür brauche ich ja kein Internet, das ist ja kacke, keine Ahnung, was ich machen soll, äh, ich habe mich schon gemeldet, äh, innerhalb der nächsten sechs Stunden muss das Problem behoben werden mit dem Internet, äh, dafür müssen die sorgen bei Unity Media, aber das ist halt gerade irgendwie, weiß ich nicht, diese Woche gibt es ein paar Probleme, deswegen kann ich da leider nichts für, deswegen kommen heute vielleicht gar keine Videos, wenn das nicht behoben wird, äh, aber, ne, hier kurz ist dieses Handy-Update-Video, haut da rein, bis dann, danke fürs Zuschauen und lass mich noch oben da, wenn es euch trotz dessen gefallen hat, ne, mal so ein bisschen Video über, warte ich nicht, Jersey, Jersey, komm mal her, komm her, Jersey, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm, hier, ne, damit wir noch hier, damit keiner traurig sein muss, zack, schwarzes Hundi, Wuffi bist du nass, Jersey, Jersey, komm mal her, komm mal her, nein, noch nicht, okay, sie will nicht, Tschüss. Vielen Dank.